Dieser Service bietet detaillierte Informationen zu Ihren Fahrten. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort im Skoda Connect Portal an. Wählen Sie Fahrdaten. Nutzen Sie den Kalender, um den Zeitraum zu bestimmen, für den Sie sich die Fahrdaten anzeigen lassen möchten. Es werden Informationen über den Kraftstoffverbrauch, die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit und die zurückgelegte Wegstrecke angezeigt. Unter Einstellungen können Sie auswählen, welche statistischen Daten Ihnen angezeigt werden sollen. Außerdem können Sie Statistiken löschen, herunterladen und speichern. Der Fahrdatenservice steht Ihnen auch auf der Skoda Connect App zur Verfügung. Wählen Sie das Fahrzeugsymbol, um sich die Daten der letzten Fahrt anzeigen zu lassen. Indem Sie über die entsprechenden Werte oder Diagramme streichen, können Sie auch die Daten von früheren Reisen einsehen. Bei Klick auf Distanz ist es möglich, die Zeitspanne zu bestimmen und die Art der Fahrzeugdaten einzustellen, die angezeigt werden sollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017